Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake und dem Beagle. Leute, ich gestehe euch, ich habe eigentlich darüber nachgedacht, das Ganze hier für die letzten Meter auf leicht zu stellen. Habe mir dann aber überlegt, ich habe so viel... Nein, ich habe durchgehalten, das ganze Let's Play ist jetzt durchgehalten, obwohl ich so viele Momente hatte, wo ich wirklich eigentlich umstellen wollte auf leicht, dass ich das jetzt nicht machen werde. Ich hoffe, dass mir diese Entscheidung nicht in den Hintern beißen wird, gebe ich ganz offen zu. Mal schauen. So viele Blendgranaten, ja. Ein Rasenmäher. Jetzt bin ich ein bisschen unglücklich. Na, schalt's doch ein! Alan! Alan! Ich werde es Ihnen niemals geben. Ist okay. Hey, nimm doch! Was? Äh... Na? Jetzt habe ich, glaube ich, einfach pures Glück gehabt. Oh nein! Was zum Henker! Wieso sind die jetzt schon da? Nein! Warte mal! Alan, bitte mach jetzt nicht schlapp, ja? Nein, ich habe gerade keine Zeit zu fokussieren. Oh nein! Äh, der Nächste, der Nächste da hinten. Ich sehe nichts! Kettensägen-Dudes! Kettensägen-Dudes! Lass los! Nein! Okay. Äh, nochmal werfen. Nein! Äh! Lauer! Oh mein Gott! Habe ich es geschafft? Leute, das war doch... Was mache ich denn hier? Sag mal, ich bilde mir doch jetzt nicht ein, dass das viel leichter als das letzte Mal war, oder? Bitte sagt mir, dass ich mir das jetzt nicht einbilde. Oder bilde ich es mir doch ein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, jetzt kommen keine Gegner mehr, weil ich möchte mich hier einmal umgucken. Hier gibt es bestimmt noch Thermoskannen und so. Wir haben nicht so viele gefunden, wenn ich ehrlich bin. Da blinkt es doch, ich sehe es genau. Ah! Und da sind... Oh, was? Revolver nehmen? Was habe ich hier für eine Wahl? Ne, Jagdgewehr. I don't care about Jagdgewehr. Nein, nein, möchte ich nicht. Nein, wie krass viel man hier jetzt finden kann. Ich gebe zu, ich bin jetzt gerade verwirrt, weil das letzte Mal der letzte Horror war. Und ich weiß nicht, ob es einfach die beiden Blendgranaten waren, die mir jetzt... Oder die drei Blendgranaten, die es waren, die mir den Arsch gerettet haben. Aber sei es drum. Was habe ich denn jetzt? Ich habe noch vier normale Granaten. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Statistik. Was sagt denn die Statistik? Die Statistik sagt... Wo sind sie denn? Die Thermoskannen. Wir haben nur 74 Thermoskannen gefunden. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir ein paar mehr gefunden haben. Weil man das Gefühl hatte, man hat zwischen... Wobei 74, ne? Das sind halt weniger als 30, die noch fehlen. Dosenpyramiden habe ich viel zu spät gecheckt, dass man das machen kann. Kisten. Ich habe nur 16 von 30 Kisten gefunden. Mal unabhängig von denen, die ich vielleicht jetzt noch finden kann, ist das nicht viel. Mir fehlt eine Radiosendung und eine Fernsehsendung fehlt mir. 15 von 25 Schilder habe ich übersehen. Wie geht das denn? Soweit ich weiß, sind Wecker, Starschnitte und Nightsprings, Videospiele, etwas, was es in den DLCs gibt. Aber sei es drum. So, mache ich jetzt mal weiter, bevor ich mich hier weiter drücke, quasi. Denn mehr tue ich ja nicht. Ich drücke mich gerade. Ich schwöre, ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht angerührt. Außer er hat sich von allein umgestellt, aber da zweifle ich doch sehr stark dran. Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nichts, das ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit wahr zu werden. Und ein Musiker würde die Dunkelheit dann per Musik quasi nachempfinden können? I'm just asking. Aber es sind nur noch zwei Manuskripte, die uns fehlen. Hoppala. Hoppala. Ähm, das ist nicht viel. Bist du, weiß ich, geht jetzt aber einmal kurz hier hin. Kann man von hier hinten in die Hütte rein? Absolut gar nicht. Schade. Oh. Licht doch? Nein, da liegt nichts. Da kann ja auch gar nichts liegen. Oh, ich weiß, dass ich in jedem Fall... Versuch's doch, versuch's doch, versuch's doch. Kommst du wieder, wenn ich rausgehe? Ich bleib jetzt dann hier, okay? Ist das okay für euch? In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Das beruhigt mich einfach. Ein Vogel. Es beruhigt mich einfach nicht. Ihr Lieben, es beruhigt mich einfach gar nicht. Nichts von all dem beruhigt mich hier. Warte mal. Gibt's hier unten was für Milch? Wie Thermoskern? Oder andere Dinge? Nein. Ah, schade. So viele Dinge verpasst. Ich werd viel zu gut ausgerüstet, muss ich gestehen. Findet ihr das nicht auch immer sehr beunruhigend, wenn ihr merkt, dass ihr ausgerüstet werdet? Ich find's sehr beunruhigend, aber... Nicht im Ernst. Alan? Alan? Alan! Achso. Muss ich das jetzt witzig finden? Okay. Natürlich kommen Vögel, natürlich Vögel, Vögel! Burned, Babys, burned! Achso, das war's schon. Na gut. Hoppala. Wie klettern? Warum darf ich hier klettern? Äh, was? Okay. Wait, what? Nein. Nein, 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 nein. Einmal zurück, bitte. Das mach ich nicht mit. Ich will erst hier ins Licht gehen. So sieht's aus. Ach, diese dummen Rotzvögel, ne? Warte mal, wo geht's denn hier wie lang? Irgendwas muss es... Oh. Oh, da ist ne Kiste. Ich hab aber gar keinen Hinweis für ne Kiste gekriegt. Ich hab aber noch meine Pumpgun. Okay. Alan, man steht nicht in Kisten drin, um sie auszuloten. Leute, ich werd viel zu gut ausgerüstet. Das macht mir Angst. Ja, dann hab ich jetzt zumindest doch ne Kiste noch gefunden. Das ist doch auch schön. Aber wirkt schon minimal beunruhigend, was hier abgeht. Minimal. Vielleicht krieg ich ja noch das Archivement für die Vögel. Ja, es fliegt. Es brennt. Es fliegt und es brennt. Alan. Die kommen wieder. Jetzt kommen sie aber hoffentlich nicht wieder. Eine Thermoska... Wo denn? Wo denn? Was denn? Ihr habt's doch auch gehört. Irgendwas ist gekommen. Bin ich doooooooof. Ich geh von mir aus ganz langsam hier lang. Aua! Ihr kackbratzen, Viecher! Ja! Was hat mich denn jetzt getroffen? Ein Haufen Scheiße hat mich getroffen. Okay. Achte auf den Bodenbiegel. Hier liegt jetzt ein Haufen Scheiße rum. Sag mal, es ist doch viel zu leicht. Es ist falsch hier. Aua! Aua! Ich bin jetzt mal kurz. Ah, da ist ja Scheiße am Boden. Kriege ich ein Archivement dafür, wenn ich genug Scheiße weggeburnt habe? Ich hoffe es doch. Es wäre schön, wenn ich dafür ein Archivement kriegen würde. Irgendwie sowas wie die Scheiße brennen lassen oder so. Das wäre sehr cool. Das wäre ein cooles Archiv, wenn ich die Scheiße brennen lassen. Uh, gut. Was haben wir hier drin? Kriege ich hier irgendwas? 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 Ja. Okay. Lad mal nach. Auch hier bitte einmal nachladen. Dear Alan, please laden Sie nach. Revolver Munition ist voll. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Ja, muss ich hin. Die very good question ist, will ich dahin? Gegenstandslimit erreicht. Ich sag's doch. Immer wenn irgendwie sowas wie Gegenstandslimit erreicht ist, bin ich misstrauisch, weil ich so viel gekriegt hab. Naja, sei's drum. Es wird schon alles gut werden. Uns fehlen nur noch zwei Manuskriptseiten. Das heißt, so viel Story kann da gar nicht mehr kommen. Andererseits heißt es bei Alan Wake trotz allem schon wieder nicht mehr viel. For real? Was denn? Wo denn? Hab ich es getroffen? Na komm. So richtig getroffen habe ich es nicht. Aber wo ist es denn? Wo ist es denn? Hallo, wo bist du? Gegner! Bitte einmal komplett nachladen. Danke. Das sounded alles nicht so gut. Nein, 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 nein. Natürlich sind hier überall Gegner. Überall. Kriege ich die schnell genug an, oder? Ein Kontrollpunkt gibt's dafür. Es gibt einen Kontrollpunkt dafür. Sehr gut. Wieso darf ich die nicht nehmen? Ah, ich hab zehn voll. Okay. Lohnt sich das für zwei Minuten jetzt noch hier voll Action-Halligalli zu machen? Ja, komm. Ich hab überlegt, geh ich jetzt da hin? Oder lass ich's bleiben? Ich lass es bleiben. Oh, ich hab noch so'n Penner, ey. Oh Gott. Weißt du was? Ich hab ne geilere Idee. Okay. Und jetzt versuch nochmal dein Glück, du Penner. Was ist das so schnell, ey? Okay. Jetzt hab ich alle meine Dings verbraucht, die ich nicht verbrauchen wollte. Sei es drum. Ich geb zu, ich hab nen Schreck gekriegt. Ich hätte damit rechnen können, aber ich hab nen Schreck gekriegt. Wie immer halt, ne? Ein Boot. Ihr wollt mich doch verarschen. Ein Boot. Ein Boot. Na, komm. Ah. Was ist das? Hoffnung war... Nein! Ich bin hier in einer echt beschissenen Position! Ich sehe nämlich nichts. Oh Gott, ich sehe nichts. Irgendwas habe ich hier jetzt gerade aktiviert. Aua! Nein! Einen habe ich. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ich glaube, ich auch. Sarah, Alan! Was ist los, Alan, ey? Oh, das hat mich jetzt aber Munition gekostet. Und ihr Lieben, ich mache nämlich jetzt hier mal einen Cut rein. Wie komme ich denn da hoch? Interessante... Ach so. So. Und da sind Blendgranaten und alles. Sehr gut. Uh, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Superspannend. Vielleicht nähern wir uns wirklich dem Ende mit ganz, ganz großen Schritten. Ich weiß es nicht. Überraschend. Lassen wir uns überraschen. Sehr anspruchsvoll hier alles. Auch wenn ich jetzt doch überraschend gut durchgekommen bin, an der Stelle, wo ich das letzte Mal so heftig versagt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Und haut rein! Abonniere uns mit dem Gefängnis überraschen! Dann bekommen wir eine streueing Hatschendaste einer bestöhnen. So, wenn du hier drittst,